Wie kommt das? Also aufgehört habe ich ja damals aus drei Gründen. Grund Nummer eins war, ich hatte keine Lust mehr. Ich war ganz ehrlich zu meinen Fans. Grund Nummer zwei war, ich hatte keine Zeit mehr. Zu dem Zeitpunkt war ich noch kein Vollzeit-YouTuber. Und drittens, die Leute haben versucht mich zu drängen zu let's playen. Die haben immer geschrieben, wenn du jetzt nicht let's playst, dann deabonniere ich dich. Und ich habe mir gedacht, Leute, ernsthaft? Ihr glaubt, je mehr ihr mich unter Druck setzt, desto eher fange ich an. Nein, ihr erreicht genau das Gegenteil dadurch. Aber die merken das nicht. So, ein Jahr ist vergangen und mittlerweile habe ich wieder mehr Zeit. Ich habe dementsprechend noch wieder mehr Lust. Und die Leute drängen mich nicht mehr. Deswegen, auf geht's. Okay. Sehr schön, wir freuen uns. Was wird das so let's play? Kannst du schon was fragen? Max Bang 3 wird let's play. Und ich habe noch andere Projekte im petto. Aber darauf will ich noch nicht. Darauf will ich noch nicht. Boah, ist das laut. Darauf will ich noch nicht eingehen. Aber ich werde es sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt noch der Fernseher auf.